Eva, beeile dich! Alter, bin ich so schnell, ich hab wehen. Sie sind da! Ich will nicht hören! Einige Zeit später. Ich hab dich gleich! Getickt! Ich opfer jetzt mein bestes Scham. Ich opfer jetzt meine Früchte. Ich bin voll einversichtlich auf dich, Abel. Das hast du jetzt davon, Abel. Wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß es nicht. Soll ich etwa immer auf meinen Bruder aufpassen? Was hast du getan? Diese Sünde schreit regelrecht zum Himmel. Meinst du, ich bekomme dein böses Tunig mit? Weil du so Schlimmes getan hast, sollst du verflucht sein. Der Acker soll dir keine Ernte mehr bringen. Auch sollst du immer auf der Flucht sein. Ich weiß, wie ist dein Bruder aufpassen? Ja, du darfst du früh. Ich weiß, wie ist dein Bruder aufpassen? Ich weiß, wie ist dein Bruder aufpassen, wie ist dein Bruder aufpassen? Alles ist gar nicht so, wie ist dein Bruder aufpassen? Also, wenn du so, wie siehst du, wie bist du? Vielen Dank.